So, da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Republic Commando. Bin immer noch hier im Außenposten unterwegs. Folge 21. Gucken wir mal, ob wir das gebacken bekommen. Ich lade mal nach. Destroi das Landingpanne. Na toll. Komm, geh da hin. Da ist noch einer. We're already shooting, Delta-3-8. Get clear! Delta Squad, proceed to the lower level of the base. Oh, look. The base has another level. Okay. Wie kommt man denn da hin? Ach, von hier. Guck mal, Leute. Delta Squad forming up. We got your back, 3-8. Landungsebene haben wir zerstört. Na toll. Was ist denn da hin? Na toll. Wie kamer, marked. Dinea. Komer zum Kilo zum Kilo zum Kilo. Ja, kommt die Engine. Ich hatte eine Anketenwerber noch drin, okay. Okay, gut, dass ich das gesehen habe. Ach nee, du bist ein ganz schlauer! Ha 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 ha, scheiße! Okay, da war ich etwas zu unvorsichtig. Explosives? Charge is hot, Sir. Get clear! So much for stealth. Get yourself some Vector, Commando. I'm heading there now. I'm just not standing up where I lived. I needed that. You could use some Vector, Delta. Oh, yes, Sir. I'm healed. This place is more than just a trend of a supply base. The separatists are definitely involved here. Take that. Another one down. These DDs will disrupt their neural networks. Eliminate the target. Reloading. It was a pleasure. Fuck. I'm in here! What if I have to do, what if I have to do? I got to keep you. Okay, that's right, don't you? No. I need to go. Let's go. Oh, load back. No! Die in! Hold it together, Delta. That turret's a killer. Good shooting, 8. We need that turret, Commandos. Acknowledged. Taking position. Take out that missile turret. Good to go, sir. Giving health to 6-2. Block! Fireworks! We need that tech now. We could use some best to tilt them. Ah, you idiot. Come on, guys. Go get out of here. Oh, shit. Wow, how did they just get out of here? Okay. Come on, come on. On my way squad leader! There is still a weapon. These are grenades. Back to applied. Abandoned turret, Delta. Ammunition exhausted. I'm on it. He's also injured, a good 07. Delta Squad forming up. Forming up, sir. Where do we have to climb up? Man, this place gives me their creeps. A scorch? Nothing better than a jungle hunt. Hiding in the bush. Putting a plasma bolt through a hostile cranium. Makes me feel alive. Now 07 is giving me the creeps. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Cool dialogue. Hello, guys. The fight droids are not the biggest challenge, but the others... Ich glaube, die Separatists benutzen die Space als Staging are, daher werden sie auf die Wookies attackieren. Copy that. Auf der Leut Command. Now I'm ready. Copy. Not to really. Watch my back, Elvis. I can't rush this, you know. I can't rush this. I can't rush this. Hostile Reinforcements rappelling in. Haha. Ah! The leader is down. Fuck. Take out that droid. Hold on, sir. Connections. Combines first. No, 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 droid. Thermal away. I'm not a good commander. Powering up. I love that sound. Oh. Hashtag. No, we do it. I don't know. Verbi, you shang들이! I love you. Yeah. DHEER. bereich. the zone. 5. 掉ич. Ich rette dich. Hey, hat die nicht getroffen? Bring ihn endlich um die Sau. Er liebt er noch. Meine Güte ey, diese Superkampf-Truinen sind echt harte Nüsse. Oh mein Quatsch, ich rette dich. Ja, jetzt brauchen wir mal wieder ein bisschen Medikits. Was ist denn mit dem los? Wir machen jetzt hier keinen mehr auf Halle Julia. Wir gehen jetzt einfach rein und... ...knallen die weg. WUAH! 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 Sehr schön. WUAH! 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 Endlich! WUAH! 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 Wie seid ihr denn? Verflucht! Kriegt ihr denn nicht drüber? Mann Leute ey, manchmal steht ja auch nur doof rum. Okay, weiter geht's. Wo ist denn der Wookiee? Ist der schon weiter? Ja. Okay, tun wir das. Wir haben ein paar Gäste hier. Was sind diese verdammten Dinger ey, die sind so nervig. Verdammt. Ich empfehle, dass du ein paar Thermen in das Brede gelegt hast. Da haben wir sie jetzt alle. Ok, da war die Waffe schon. Wird schon weitergegangen? Interessant, Leute. An der Front! This is a schematic of the Kachiyaho Bridge Delta. It connects the lower city to the main citadel. The bridge itself is joined in the middle by a small center span. It acts as a lynchpin between the two halves. Separatist advance parties have already reached this side of the bridge and are attempting to clear a path for the main invasion force. Once you've reached the center span, you will place a demo charge at this point. It's an expansion joint between the two sections. Destroy this bridge and stop the Separatists in their tracks. Good luck Delta. Delta, come on. Secure the market concourse. Now's my chance to pick up those bandoliers I've always wanted. Those kids. Moving to cover. Erks. Nein, you guys need to use the torch. Grenadiers on the upper level. Grenadiers on the upper level. I need suppressing fire on those Grenadiers. Take them out from there Delta. Let me show you real marksmanship. Descent, ready to fire. What the hell's gonna line your line? Lock, fireworks. Good work 380. Now for me. Oh, sorry. A rocket launcher. Oh yeah. Get yourself some Vector, Commando. Retrieving it, sir. We have to beat everyone, people. We have to go to the bridge. Let's go. Let's go. 4-0 at 100%. Break out the heavy weapons, Delta. My favorite, sir. Right out! Flavor! Scorch, in position. Reloading. Enemy down. Area secure. Go! Mercs! Delta Squad forming up. Forming up, sir. Pack it up, Delta. You can also come over there. Let's do that again sometime. Delta lead, Trandoshans have breached the Concourse. I never would have guessed. I never would have guessed. Hahahaha! 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 Let's trim these trees a bit. Worauf soll ich denn da schießen? Hä? Boss! With all due respect, blow up that tree branch already! Meinst du was ich... Ach so! Mit dem Raketenwerfer. Oder so, oder? Oder so, oder? Okay, es hat schon funktioniert. Oh nein, jetzt kommen die von da. Ach du Scheiße! Jetzt brauche ich wirklich den. Jetzt brauche ich wirklich den. Jetzt brauche ich wirklich den. Den mit Geschaffstützen gehör weg. Das ist ja wohl mal meine. Yes baby! So, bevor wir hier irgendwas tun, sollten wir uns noch mal regenerieren. Wo war'n das? Boah, wie langsam der halt geht nur noch. Boah, wie langsam der halt geht nur noch. Boah, wie langsam der halt geht nur noch. Ich weiß schon wieder nicht, wie lange wir hier spielen. Wie lange ich hier spiele. Aber gucken einfach mal. Ähm, was mit der Brücke würde ich vielleicht gerne noch machen. Okay. Warum regnet's denn hier? Hier ist doch alles zu. Ach ne, die Fensterscheibe ist kaputt. Okay. 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 Nix mit Stilt. Wir gehen hier direkt rein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hau dir mal weg. Hau dir mal weg. Wie hast du mir das gesagt? Da ist noch einer am Leben. Federhandschuh. 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 Ja, Sir. Still working here. Okay. Let's form up. Forming up, Sir. Dann lass uns mal weiter gehen. Ist hier sehr dunkel drin. Boro, Covering Vector. Das ist zu ruhig. Oh. Hier versteckt sich bestimmt noch. Boro, Unter. Und jetzt auch mal zusammen. Das war die Fische. Es scheint die Trandoshans zu kommen. Sonstellten in Wagen. Wir würden unsperren mit uns zu spätigen. Die hatten einen Gelegenheit. Auf die Silber. Boro, Covering Vector. Wagen. Ich grüße Sie. Delt. Ich war sch schritte. Sie schauen mehr im Job. Ich bin in Position. Die Zern. Okay, da muss ich mit dem Scharfschützengewehr ran, um den wegzukriegen. Oh, der ist schon weg, okay. Ja, zwei Schüsse waren noch drin, und dann war Feierabend. Nein, ich will die richtige Waffe haben, genau die. Okay. Wir kommen noch mehr, aber dann gehe ich schnell ran und mach das Ding hier scharf. Geht ab! Objektiv erreicht. Das war gut. Schau für einen weckeren Platz, um unseren Weg durchzuhalten. Geh eine Demo-Charge bereit. Sprengsatz vorbereiten, okay. Schwer auf. Bleib doch da drin! Was denn, jetzt kann er da nicht mal reingehen? Das ist ja... Das ist ja ein bisschen komisch. Geht uns, weibungs-webungs-fire, Delta. Mein Frager, Sir! Nehe Schau. Target area in view. Take up snipe position, Commando. Weib doch auf die Position. Squad member incapacitated. Take cover from that turret, Delta. Skalier, Griff. Okay. da muss ich mit dem scharfschützengewehr daran oder so wir können ihn hart von hier ich habe deine Börse auch ihr Delt Turret ready Heel up Delta Yes sir, thank you sir Disengage turret commando Moving on sir Got it sir Abandon position Delta Delta control that turret O7 moving to turret Check, ready for attack Delta 4-0 recovered Okay, weiter geht's Zeit für die Schrottwinde Let's form up Form up boss Abandoned turret Delta O7 acknowledged Oh no Da ist ein großer Boah macht der Schaden, das ist ja übel Anbar Anbar Da bleibt er immer noch Good job squad proceed Sir stand aside Kann ich die Waffe wieder mitnehmen? Oh yes, Baby! Ihhh, hat er mich voll gesabbert? Guck mal wieder auf die schlaue Uhr und die schlaue Uhr sagt, langsam musst du mal aufhören! Und ich würde sagen, bevor wir zum großen Finale hier auf Kashyyyk stürmen mit der Brückenexplosion, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, beziehungsweise Montag, ja, also morgen. Dann geht es weiter mit Folge 22 von Star Wars Republic Commando. Schauen wir mal, wie die ganze Sache hier endet. Also, bis dann! Ciao!